Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer endlich offiziellen Folge, hoffe ich, von Rainbow Six Siege. Offiziell, weil natürlich jetzt keine Beta mehr ist. Ich bin TDM, auf Map habe ich leider gerade gar nicht gesehen. Ich muss mal ganz kurz hier jemanden muten. Es ist jetzt geschätzte zehnte Versuch, eine Folge aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob es jetzt klappt, weil normalerweise wird es in der Runde zwei oder drei kacken immer den Server ab und alle Leute werden gekickt. Ich wollte jetzt eigentlich vier, ja, fünf, sechs Folgen aufnehmen. Mittlerweile ist es halt neun. Ich habe jetzt seit, na, locker mal anderthalb Stunden bin ich jetzt ja am Würsteln. Leider muss ich um vier schon wieder aufstehen und die müssen ja auch noch bearbeitet werden. Deswegen wird es wahrscheinlich doch nicht mit so viel Folgen werden. Ich werde jetzt schauen. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Ich bin ein Backe rum. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Super. Was war das denn schon für das Spiel? Was schießt denn da? Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Oh, Mann. Ich krieg's kotzen mit dem Spiel. Da haben wir natürlich extrem viele Fenster hier. Mach's doch nicht wieder kaputt. Stacheldraht bereit. Siehst du, wir können ja noch Stacheldraht legen. Oh. Draußen ist Party. Oh, 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 oh. Au, oh, 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 oh Jetzt einfach töten. What the fuck, ey! Geisel, könntest du mir mal helfen? Ist mir ganz nett. Glitzer verbleibender Gegner. Bitte nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Können wir den Gegner töten? Jawohl, ich bin wenigstens nicht gestorben. Ich bin wenigstens nicht gestorben. Und ich hab, naja, 250 Punkte. So, dann müssen wir jetzt angreifen. Ah, dieses Schild, das ist so übelst OP. Das ist so Wahnsinn. Hab ich jetzt schon ein paar Mal richtig geflucht gegen das Scheißteil. Ja, da drückt mal die Daumen, dass es jetzt eine zweite Runde gibt's. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Ich hab schon wieder einen Bug. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Den Gästen ist sicher. Den Gästen ist sicher. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Einsatz sind fünf Sekunden. so dafür dass ich nur doch ich hab doch ein kill gemacht habe ich gemacht ich glaube ich bekomme okay alle entdeckung ok leute seid ihr alle soweit 3 2 1 alter späte was ich bin habe so ein schlechtes eben gerade es kann es doch nicht sein wie schlecht ich manchmal bin die strengladung ist bereit die waffen haben auch einen wahnsinnigen recall das habe ich weder im battlefield noch in anderen spielen erlebt dass die so ein krass das ist wirklich realistisch schön wie die iq ok ich weiß ja die granate ja du hast keine nur noch einer vom eigenen trug wir haben verloren schade gut dann gab es jetzt mal eine zweite runde schauen wir mal ob wir noch eine dritte runde hinkriegen ach diese schotty ist auch ganz übel runde 3 mal schauen ob wir die runde 3 komplett hinkriegen meine ich weshalb ich werde jetzt noch zwei folgen machen das macht keinen sinn ich muss das alles noch bearbeiten und oder mal schauen ob ich zwei folgen zusammenkriege oder vielleicht doch ein bisschen mehr den raum befestigen die geisel muss gesichert werden ich glaube das ist das problem ich weiß noch nicht von wo die kommen muss mir wirklich ich habe das gefühl dass die dinge herumfahren ich habe das gefühl dass die dinge herumfahren ich habe das gefühl dass die dinge herumfahren ich bleibe noch 10 sekunden im einsatzbereich bleiben warum geht das nicht die position der geisel ist sicher okay das ist sicher schwere unten schritte die kommen die treppe hoch im einsatz Es packt noch ganz schön rum, muss ich mal sagen. Das ist natürlich scheiße, wenn man... Ach komm, ich geh einfach mal raus, ich will mal ein bisschen Action haben hier. Ich wollte sagen, ich wollte mal ein bisschen Action haben und dann kommt... Ich dachte, der kommt von unten. Ja, es läuft richtig scheiße gerade. Oh, ich hab eine 200-250er Verbindung, was ist da denn los? Deswegen leck ich wahrscheinlich auch so. Ein Gegner verbleibt. Das erklärt natürlich vielleicht auch, warum ich ständig vom Server kacke. Wir haben 252, ich glaub, Kind ist das, oder? Das erklärt vielleicht auch, warum ich ständig vom Server fliege. Und warum ich ständig so lecker. Na gut, wir schauen mal, ob wir noch eine Runde zusammenkriegen. Okay, klick mal hin. Okay, klick mal hin. Oder auch nicht, weil ich schon mal nicht reinkomme. Oder auch nicht, weil ich schon mal nicht reinkomme. Oh, wir sind oben. Bestätigt, die Geisel wurde lokalisiert. Ihr seid so schlecht. Ihr seid so schlecht. Das ist jetzt kaputt gemacht. Gut, wir gehen mal da rein. Da ist auch einer langgelaufen. Klar für Durchbruch. Der ist hoch. Junge, du blockst mich. Nur verletzt. Scheiße, da waren zwei. Ja, ich bin schlecht, ich weiß. Ich bin richtig schlecht. Ich muss das einfach mal alles ein bisschen strukturierter. Aber ich habe ihn auch verletzt. Ich habe ihn auch verletzt. Jawohl, wer mag das? Gegner neutralisiert. Einmal nicht erfolgreich. Nice. Da habe ich ein Schild. Geil. Geil gemacht. Ich bin da noch zu forscht. Ich bin da zu... Wir haben mal eine Runde gewonnen. Ich bin zu sehr Battlefield rein und mache nur. Das muss ich mir abgewöhnen. Zwei Kills hatte ich. Super. Und zweimal ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Und ich versuche jetzt mal noch eine zweite Folge aufzunehmen. Ich denke mal, das liegt einfach an diesem scheiß hohen Ping oder was das da ist. Ich hoffe, wir sehen uns gleich zur zweiten Folge. Bis dann. Ciao.